Willi und Diana müssen beraten, wen sie rauswerfen. Willi Herren wird hier alles daran setzen, dass er genügend Gründe hat, mich hier zu nominieren. Da steht kein anderer bei ihm auf der Liste. Das ist jetzt aber auch nicht so irre überraschend. Für mich ist das ganz einfach. Echt? Ja. Wer? Das ist für mich eindeutig über Johannes. Ah, Johannes. Ja. Das Ganze hat ja auch eine Geschichte für mich. Ich sag dir das auch. Er dreht sich gerne die Welt so, wie er die gerne hätte und verdreht auch gerne mal die Tatsachen. Er hat mich in einem anderen Format ziemlich auflaufen lassen, ziemlich vorgeführt, ziemlich gedemütigt. Willi wurde im Sommerhaus offenbar schwer traumatisiert. Von Johannes. Von Johannes. Ein Move. Und eine Show macht man aber doch mit, um zu gewinnen, oder? Ja, das stimmt. Okay, und Willi wollte gewinnen. Und dann, was hat er dann gemacht? Dann kam der nächste Tag und er hat uns nominiert. Er hat uns rausgekickt. Und das hat Johannes das Herz gebrochen. Ja, genau. Er hat mich in einem alten Sack, das ist öffentlich, Alkoholiker, Junkie und so alles mögliche Sachen, die man eigentlich nicht sagt. Also selbst ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, aber selbst ich nehme solche Hörer nicht in den Mund. Dieser Mensch geht halt über Leichen. Ich habe das über mich ergehen lassen, vor allem den Hohn und Spott, den ich danach ausgesetzt war. Das ist natürlich unschön. Ja, das war ein Shitstorm. Es war ja so schlimm, dass die Polizei kam, die eine Mordwohnung bekommen haben. Ja, ich schwöre dir, ich erzähle dir nichts, was nicht stimmt. Ich habe eine echte Menge durch und der hat mir das Leben sehr schwer gemacht. Und dann habt ihr die Leute aber angezeigt. Ja, unbekannt, aber es kam aus deren Community. Dieser Mensch geht leider über Leichen. Bop, 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 seine Tür. An der Tür? Klar. Also das ist ja schon außerhalb, Instagram. Ja, ja, das war ja das. Ja, da habe ich gesagt, jetzt sollte der Spaß auch. Der hat mich so gedemütigt, dass wir Polizeischutz hatten. Das geht natürlich gar nicht. Er hat Morddrohungen bekommen, weil es auch mal aus der Stars vor der Tür sogar. Ja, es ist auch belegbar, es ist nichts. Das ist auch belegbar, das kommt aus deren Community. Johannes stellt die Sachlage allerdings anders dar. Seine Familie hat mich und meine Ex-Freunde bedroht. Warum soll ich dann mit so jemandem nicht sagen, okay, komm, schwamm drüber? Puh. Absolut verfahrene Kiste. Nicht, dass wir das veranlassen haben. Nein, 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 aber trotzdem. Das würde ich nie sagen. Aber es kam aus deren Community. Weil die auch so über uns gewettert haben. Der guckt nicht links und guckt nicht rechts. Hauptsache er hat sein Ziel. Jetzt spannt Willi die Retourkutsche an. Und deswegen fällt meine Wahl eindeutig auf ihn. Auf ihn. Ja, aber klar, ich kenne den Johannes halt, er seit ich hier bin. Und ich mag ihn mega, ich mag auch dich mega. Mir ist halt mega wichtig, dass den Menschen, die hier sind, gut geht und dass wir untereinander harmonieren. Und bei mir ist das Ding, also die Kate ist eine Option. Kate kann dich niemals dominieren. Niemals. Nimm, bleib nicht. Bei der Regina bin ich mir halt auch ein bisschen unsicher, weil ich habe das Gefühl, die Unruhe kam schon so bewusst. Also eben, ich bin da zwischen den zwei eigentlich hauptsächlich. Okay. Kommt halt drauf an, wer sich safen kann, gell? Wenn Johannes sich morgens safen, ach, das wäre schon scheiße, ja. Weil dann wüsste ich echt nicht, wenn ich wäre. Manchmal verdienen Menschen eine zweite Chance. Wenn er ja hätte, einfach zu kommen. Ich wüsste echt nicht, wie ich reagiere. Aber dann wüsste ich auch nicht, ich mache das nur, weil die Nominierung ansteht und ob das echt ist. Aber ich stehe zu meinen Fehlern. Und er behauptet ja nach wie vor oder redet sich selber ein, dass es alles richtig ist, was er gemacht hat. Klarer Fall. An diesem Sandstrand ist nur Platz für einen dabei.